Jeder kennt Sie. Chefs, die nicht entscheiden. Wie Sie mit entscheidungsschwachen Vorgesetzten umgehen, erfahren Sie in diesem Video. Wenn Sie selbst eine Entscheidung nicht treffen dürfen, Ihr Vorgesetzte jedoch Sie auch nicht trifft, bleibt Ihnen nur eins. Sie finden Mittel und Wege, den Chef doch noch zu einer Entscheidung zu bewegen. Oder anders ausgedrückt, Mitarbeiter und Chef kommen zusammen, dealen miteinander, bis die Sache geregelt ist, um dann wieder auseinander zu gehen. Das ist vergleichbar mit einer Paarung in der Natur, bei der sich die Partner für eine Weile zusammentun, einander geben, was jeder braucht und dann wieder auseinander gehen. Damit die Paarung gelingt und am Ende tatsächlich die Entscheidung herauskommt, haben sich folgende Hinweise bewährt. Bereiten Sie eine gute Entscheidungsgrundlage vor, einschließlich mögliche Alternativen. Zweitens, geben Sie dem Vorgesetzten das Gefühl, dass er die Entscheidung fällt, auch wenn es Ihr Vorschlag ist. Und drittens, zeigen Sie Verständnis für das Zögern des Vorgesetzten. Machen Sie ihm aber auch klar, dass Sie die Entscheidung benötigen. Wenn das alles nichts hilft, streiken Sie. Sagen Sie dem Vorgesetzten freundlich, aber bestimmt, dass Sie ohne seine Entscheidung nicht weiterarbeiten können und halten Sie diese Ankündigung dann konsequent ein. Haben Sie eine Idee bekommen, wie Sie mit Ihrem Chef umgehen? Wie Sie die Entscheidung bekommen, die Sie benötigen? Lesen Sie mir auf meinem Blog. Bis zum nächsten Video. Bisschen Sie da, denー Sie Ihre postal size. Bis zum nächsten Video. Bisschen Sie mir auf ihren Jugendlichen. или